Herzlich Willkommen bei Mario & Sonic Winterspiele in Schorchi 2014. Das ist schon vorbei 2014, aber sollen wir trotzdem noch spielen Mario & Sonic die Olympische Winterspiele in Schorchi 2014. Und ihr vielleicht das Spiel habt oder ihr vielleicht auch diese Wii U habt vielleicht. Vielleicht hat einer von euch eine Wii U vielleicht und das Spiel auch vielleicht. Bei einer von meinen Hüftabonnenten. Und ich will gerne bei meinen Hüftabonnenten bedanken. Mario & Sonic bei den Olympischen Winterspiele in Schorchi 2014. Also, ich will aber richtig, ich will aber richtig. Also, ich will gerne richtig bedanken. Oh, ich hab eigentlich was gewissen. Ups, ich muss doch hier was machen bei Profilschwein. Ich will gleich anpassen. Also, ich will nur satt haben, wenn ich meine Hüftabonnenten bedanken. Und heute soll ich ab und es zu Weihnachten Leute vorgeschlafen. Schön das zu packen. Ich auch. Sehen wir euch auf dieses Video jetzt. Morgen mache ich vielleicht kein Video, weiß ich noch nicht. Ja. Nein. 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 Hallo. Tatsächlich, meine Mütze, Mütze, Mütze. Nehmen wir mal. Komm, ich nehme die Mütze. Sieht gut aus. Dann fangen wir mal wieder an. Halt. Nein. Wieso tritt ich immer den falschen Knopf eigentlich? Auch egal. Ho, ho, ho. Und. Ei. Ei. Merch. Mütze, Mütze, Mütze. So. Bei meiner Mal. Der hat. Und mein Paffa, die man hat. Wir haben es selber auf. Also. Können wir jetzt den einen. Die wir alles selber auf haben. Und so weiter, und so weiter. ich mache das schon zu lang und dann machen wir frühstern und dann fangen wir in der sport an Jetzt kommt es wieder an mein Kacki und jetzt kommt er auch an den Kopfbedecken. Was mache ich da eigentlich? Das war's. So, wir haben den Helm und jetzt machen wir noch ein bisschen Pause. Bis gleich. Da bin ich wieder, Leute. Ja, ich hab gerade schon was machen müssen, aber wir sind jetzt bereit in den Livestream, Leute. Und ja, und legen wir mal los. Und ja, so. Warten, warten, warten. Und fertig. Grunde eins. Grunde eins. Ja, du Mopsi. Zum Probieren. Ja, Mopsi. Und der Mami jubelt auch eins. Danke. Ja, bitte. Ja. So, hey, Mim, okay, so, 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 jetzt aber, fertig. Oh, jetzt muss ich mal, ja, alles gut, ich muss auch, nein, 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 Wow, wow, oh, fünftiges hab ich eh nicht mal geschafft. So, nehme mal nachschienen nachschauen, erster Platz, es ist doch was du das? also ich will nachschauen den ja so ist am grunde 2 so so bin bereit ich bin bereit ich bin bereit schneller 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 Schöner, fahrt ich mich weiter. Schöner, ist alles gut, man. Und der ist lieber hohlein. Scheiße, dass das nicht tut, oder? Achter Platz. Das ist eine beste Leistung. Das ist eine beste Leistung. Das ist eine beste Leistung. Und die machen mich auf dem achten Platz. Das ist eine beste Leistung eigentlich. Und bei dieser beste Leistung hätte ich eigentlich dritter sein sollen. Aber jetzt ist es egal. Machen wir es Runde 2. Das ist ein gelbes Sack. Ich finde das andere Ding auch. Ich muss uns suchen und ich mache jetzt Runde 2. Hä? Das ist ein gelbes Sack. 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 Ich hoffe. Das ist ein gelbes Sack. 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 Der ist ein gelbes Sack. Das ist eine beste Sack. Der Erster. Letzte Runde. Jetzt muss alles da stehen. Erster Platz. Seht ihr auch? Ich habe eine Rekorde gebrochen. Ich habe eine Rekorde gebrochen. Unglaublich. Wie tal ist das denn? Weil mein Torz, bevor ich das mache, muss ich das in meinen Tissen richtig machen. Ja, natürlich. Ja gerne. Natürlich will ich das machen. Bei meinem neuen Retort. Ich habe eine Rekorde gebrochen. Ich habe eine Rekorde gebrochen. Ich bin mit deinem Erfolg. Ich möchte diesen Moment auch ewig festhalten. Machen wir doch ein Trockenfoto. Ja, machen wir dann. Ich will den Trockenfoto machen. So, jetzt aber. Ich mache gerade was das ist. Hey, kannst du bitte zwei wieder mehr. Ich mache gleich. Ich muss gleich. Ich muss gleich. Ich mache gleich wieder. Ja, warte. Ich mache gerade was und dann mache ich schon mal auf Pause. Ja. So. Ich mache das mal auf Pause. Und dann wissen wir, ich habe gleich wieder. Nein, das ist ein geiler Retort. Und ja, machen wir schön weiter. Dann. So. Dann machen wir gleich. Das ist ein Bauchöl. Und ja. Also. Also, bevor wir das naht, das ist ein Bauchöl. Und ja. Dann kommen wir vier. Dann kommen wir vier und dann haben wir die letzte Runde. Wie weiß ich was schon? Okay. Und dann muss ich halt beenden und dann kommt wieder nach der nächste Part. Das hier, das wo wir sind, das ist da. Den? Ja. Was ist da? Das ist so dann, das ist so dann, oh shit ey, ich bin fertig, also hier muss ich den Rekord aufstellen eigentlich, das ist besser, wenn ich hier einen Rekord aufstelle, bei Stellar Ted. Bei Stellar Ted lande ich immer 8er Platz, da kann man mir sagen, wenn ich mich nicht mit so schnell bin, wie bei Stellar Ted schaunt du, da kann man mir vorstellen, ob ich schon schlecht bin. Aber mein Rekordführer, der war der Hammer, ich glaube ich will den Rekord aufstellen. Aber lass uns, muss ich, muss ich, deines Eishotten, deines Eishotten nahe machen. Ich hoffe, ich hoffe ich kann, ich muss jetzt noch rein beginnen, es war live, in den Video. über die Eishotten, also, auch mehr live nehmen. Hier Computieren, die ist ja auch den Rekord aufstellen. Så schraubt. Oh, aber ohne zu blöd sind, oh, jetzt aber, du schaffst, ich wusste das, ich wusste die Achterworte, ich wusste das, ohne Scheiß, ich wusste das auf der Platz, Leute. Bei sowas wirst du eh achten, okay, alles sollte ich noch rein, okay, okay, du, wenn ich alles sollte noch reinbringe, in den Part, alles sollte ich noch in den Part reinmachen. Deswegen wollte ich eine Weihnachtsfolge aufnehmen, aber das hat irgendwie gar nicht geglaubt. Bei diesem Weihnachtenvideo habe ich da bestimmt Leute und irgendwie hat es nicht geglaubt, wo sie uns stellen. Das ist wirklich Leute. Oh, vielleicht ist diese Lange hat reinbringe in YouTube. Also, das ist ein, ich habe, das ist ein Geschwizeteuflet, das ist eine свiche, diestruhensw 노�enskirchen verbrekt.